Die Einkommensanrechnung an Witwenrente fällt weg, wenn es nach den Vorstellungen der AfD geht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe eine hochinteressante Geschichte jetzt gelesen. Und zwar hat die AfD mehrere Vorschläge in den Bundestag eingebracht. Und dort kam es am 19. Oktober 2023 zu einer Debatte. Und zwar geht es um Folgendes. Die AfD hat oder anders, der Bundestag hat am 19. Oktober 2023 erstmals über die Anträge der AfD mit den Titeln Armut ehrlich benennen und wirksam bekämpfen und die Hinzuverdienstgrenzen bei den Witwenrenten neu regeln. Darüber hat man im Bundestag debattiert. Und nach dem Ende der Debatte, das waren so ungefähr 45 Minuten, wurde die ganze Geschichte dann oder beide Vorlagen wurden dann zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Arbeiten Soziales überwiesen. Also da wird das nochmal weitergehend debattiert. Ganz interessant war hier folgende Bundestagsdrucksache, folgender Antrag der AfD. Und zwar zeige ich Ihnen das mal. Hier, ich muss mal ein bisschen größer machen, dass wir das halt sehen. Und zwar hat die AfD folgendes beantragt. Sie hat gesagt, ich glaube, das ist der falsche. Da muss ich nochmal den anderen nehmen. Und zwar ist das, glaube ich, dieser hier. Genau. Ah ja, alles klar. Hier die Hinzuverdienstgrenzen bei Witwenrenten regeln. Und zwar ist das der Antrag vom 27.04.2023. Entschuldige mich, wenn das nicht gleich sofort geklappt hat. Ich mache das auch mal größer. Und hier fordert die AfD dazu auf, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordert, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der die Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes in Verbindung nach dem § 97 SGB VI in Verbindung mit § 18a SGB IV neu regelt. Und dabei, das ist ganz interessant, soll das sogenannte Erwerbsersatz, das Erwerbseinkommen bei der Einkommensanrechnung, also das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen des Selbstständigen nicht mehr bei der Einkommensanrechnung berücksichtigt werden. Sodass für die AfD ein unbegrenzter Hinzuverdienst, ich zeige Ihnen das mal hier unten, für Erwerbseinkommen möglich ist. Das heißt also, wenn die Witwe oder der Witwer nebenher noch arbeiten gehen und im Jahr 65.000 Euro aus Arbeitseinkommen, selbstständiger Tätigkeit oder Arbeitsentgelt aus abhängiger Beschäftigung verdienen, dann fällt dieses Erwerbseinkommen nach § 18a Absatz 1 Nummer 1 weg, wenn es nach der AfD geht. Oh, ja, wir haben das hier nochmal in dieser sogenannten Entschlussvorlage, dass der Bundestag dazu praktisch beschließen soll. Darüber hinaus möchte die AfD, dass die Hinzuverdienstgrenzen bei anderen Erwerbseinkommen, Erwerbsersatzeinkommen zum Beispiel, deutlich erhöht werden und zwar von aktuell 950,93 Euro oder von damals 950,93 Euro. Dieser Freibetrag hat sich ja seit der Beschlussvorlage vom 27.04.2023 mit der Erhöhung des Rentenwertes zum 1.07.2023 auch im Westen wieder erhöht. Und die AfD möchte hier einen Freibetrag haben von 1.440,80 Euro und zwar für diese Erwerbsersatzeinkommen nach § 18a Absatz 1 Satz 1 Ziffer 2 bis Ziffer 5. Genau diese Erwerbsersatzeinkommen, Vermögenseinkommen, Elterngeld, Aufstockungsbeträge und so weiter nach dem Einkommensteuergesetz sollen dann erst dann berücksichtigt werden, wenn sie einen Grenzbetrag von 1.440,80 Euro überstreiten. Das ist sozusagen das, was die AfD hier in der Vorlage eingebracht hat und dazu kam es am 19. Oktober 2023 zu einer Debatte im Bundestag. Und, meine Damen und Herren, wir wissen ja auch, wer die Mehrheiten im Bundestag hat, der bestimmt die Musik und aktuell ist es die Ampelregierung, also SPD, Grüne und die FDP. Und da gehe ich mal davon aus, dass dieser Vorschlag der AfD nicht durchkommen wird. Ich selber halte ihn gar nicht für so ganz dumm. Ja, es ist eigentlich fast unglaublich oder fast nicht mehr nachzuvollziehen, warum zum Beispiel Erwerbseinkommen bei der Altersrente ab dem 01.01.2023 nicht mehr angerechnet wird, also auf die Altersrente nicht mehr angerechnet wird, aber Erwerbseinkommen auf die hinterbliebenen Renten angerechnet wird. Das führt ja letzten Endes dazu, dass Menschen, die Erwerbseinkommen haben, möglicherweise dann aus dem Erwerbseinkommen herausgedrängt werden, weil ja dann die Witwenrente oder die Witwerrente hier auf Null gefahren wird. Also, dass man keinen Auszahlungsanspruch mehr hat, wenn man entsprechend hohe Erwerbseinkünfte hat. Aber man muss natürlich auch eins dazu sagen, man könnte auch es anders sehen und sagen, naja, die hinterbliebenen Rente hat ja eine sogenannte Unterhaltsersatzfunktion. Das heißt also, du bekommst ja die hinterbliebenen Rente nur deswegen, weil dein verstorbene Ehegatte oder Ehegattin, Lebenspartner, Lebenspartnerin in der eingetragenen Lebenspartnerschaft hier für dich vorgesorgt hat. Also quasi eine Art Unterhaltsersatz du bekommst und deshalb Einkommen anzurechnen ist. Aber die Idee, die dahinter steht, sagt die AfD, es macht keinen Sinn, dass hier Erwerbseinkommen angerechnet wird, denn dann würden die Menschen sozusagen ihrer hinterbliebenen Renten erraubt werden und deshalb auch oftmals nicht mehr bei Bezug einer hinterbliebenen Rente, also ich spreche nur von der Witwen- oder Witwerrente oder Erziehungsrente, dann eben nicht mehr nebenher arbeiten gehen können oder wollen. Das soll sozusagen mit diesem Antrag auch verhindert werden. Also meine Damen und Herren, ich bin gespannt, was der Ausschuss für Arbeiten Soziales zu diesem Thema dann auch noch zu sagen hat. Ob die ganze Geschichte durchkommt, ich kann es mir nicht vorstellen. Dazu müsste man dann letzten Endes vieles, insgesamt vieles anpacken. Zum Beispiel dann auch die Frage, ob man dann generell Arbeitseinkommen, Arbeitsentgelt über 520 Euro oder dann ab 1. Januar 2024 über 538 Euro bis zu einem bestimmten Sockelbetrag dann auch zum Beispiel steuerfrei stellt, damit sich den Zuverdienst neben der Rente auch tatsächlich lohnt. Ich kann mir alles sowas nicht vorstellen, weil das letzten Endes dazu führt, dass der Fiskus weniger Einnahmen hat. Aber die Idee von der AfD selbst finde ich persönlich so schlecht nicht. Man muss ja nicht alles verteufeln, was die AfD da so vorschlägt. Aber das ist in rentenrechtlicher Situation aus meiner Sicht gar nicht so dumm, weil doch tatsächlich viele Witwen oder Witwer gerne nebenher noch ein bisschen arbeiten würden. Machen das aber nicht, weil schlicht und ergreifend die Anrechnung hier rentenunfreundlich oder rentenfeindlich ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine superreifende Anrechnung hier.